Okay, in die Sonne landen ist vielleicht doch schlimmer. Das ist doch nicht das Ende der Landebahn, was mir Angst gemacht hat. Okay, was fliegen wir zuerst an? Radar? Und Nash? Okay, ich mach ne Rechtskurve. Ah, ausgezeichnet. Ah, fünf Kilometer Sichtweite, ausgezeichnet. Bei dir stellt das jetzt auch ein. Ja. Achtung, Raketen. Oh, das ist die... ...die 130. Ich hab die Zyra 30. Ich könnte nicht mehr ausweichen, weil sie auf einmal nach oben gezogen hat. Ich hab auf sie geschossen und wollte über sie rüber, da hat sie oben gezogen. ...die 100. ...die 100. ...die 100. ...die 100. Ich komme und rette dir. ...die 100. ...die 100. ...die 100. ...die 100. Irgendwas stimmt nicht. Mein Flugzeug zieht immer nach rechts, wenn ich irgendwas mache. ...die 100. Also, ein Flugzeug. Das war's. Das war's. Das war's. Ich starte gleich. Das war's. 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 Ich häuspHey. Das war's. Das war's. Ah, ich seh's. Zephyr, Zephyr! Oh, die R-10 fliegt neben mir. Ich muss mich nur noch mal holen. Hm, ob ich die mit FAPS kriege? Ja. Was zum Teufel sind R-73s? Ah, was du das? Ja, fein, dann komm her und helf mir mit dieser A-10. Jetzt habe ich keine Waffen mehr. FAPS habe ich noch. Da beim Radar, aber ich fliege jetzt weiter. Gibt es ja noch R-10, was wir finden? R-10? FAPS sind raus. Jo, hab die Striker voll getroffen. Aha! Ausgezeichnet! Ungezählt mit den Bomben. Die geht zurück zum Flughafen. Ja, da war ein Fälscher. Den ich gerammt habe, weil er im Tal runter kam, wo ich durchgeflogen bin. Wie schnell wird so eine SU-25 eigentlich? Ich hatte eben schon 700. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Du bist noch nicht unterwegs. Ich bin nicht sicher. Du bist noch nicht Except erreicht. Ich war mich über 20 Uhr Untertitelung des ZDF, 2020